Eurotas ist eine Gestalt der griechischen Mythologie. Er war ein legendärer früher König von Sparta und Lakonin. Laut Pausaniasch war Eurotas ein Sohn des lakonischen Königs Miles und Enkel des Leleks. Er folgte seinem Vater auf den Thron und baute einen Kanal zum Meer, um die lakonische Ebene trocken zu legen. Nachdem das Wasser abgeflossen war, blieb ein Fluss übrig, den er nach sich selbst Eurotas nannte. Da er keine männlichen Nachkommen hinterließ, wurde Lake Daimon, der Gatte von Eurotas, Tochter Sparte, König von Sparta. In einem einen ähnlichen Inhalt erzählenden Euripides-Scholien wird außerdem u.a. erwähnt, dass Eurotas Mutter Teledike und seine Gattin Clete hieß. In der nur ein Stämmerbietenden Bibliotheke des Apollodor wird Eurotas als Sohn des Leleks und der Neiade Cleoceaia angeführt. Nach Pseuroplutarch führte Sparta unter der Herrschaft des Eurotas einen Krieg gegen Athen. Obwohl der Vollmond für die entscheidende Schlacht abgewartet werden musste, ignorierte Eurotas himmlische Wahnzeichen wie Donner und Blitz und er zwang die Austragung des Kampfes, büßte dabei aber seine ganze Armee ein. Daraufhin stürzte er sich in den Fluss Himerus, der seither nach ihm Eurotar genannt wurde. Vermutlich war Eurotas ursprünglich ein Flussgott, den spätere rationale Umdeutungen zu einem frühen lakonischen König machten.